Vor wenigen Wochen ist eine neue Windel erschienen, die direkt in Europa verfügbar ist. Viele Marken stammen ja aus dem Ausland und verkaufen neue Windeln daher zuerst dort, meist in den USA. Es dauert daher einige Zeit, bis diese auch zu vernünftigen Preisen nach Deutschland kommen. Teilweise erhalten wir sie auch nur, weil Händler aus Europa diese selbst importieren. Nicht so bei der Lil Soaker, sie stammt von Kiddo, was wiederum die Eigenmarke des Windelshops Diaper Minister ist. Unter dieser Marke gibt es mittlerweile fünf verschiedene Windeln. Je nachdem wie man es sieht, sogar sechs. Die Kiddo Junior Plus ist in Blau und Pink erhältlich, zählt man diese zweite Farbe dazu, sind es insgesamt sechs Windeln. Die Junior, Sela und Let's Build hatte ich vor einiger Zeit bereits im Praxistest ausführlich ausprobiert. Sie brechen keine Rekorde, sondern sind eher als gute Alltagswindel zu einem günstigeren Preis gedacht. Alle haben zudem ein einzigartiges Merkmal, um verschiedenen Geschmäckern gerecht zu werden. Die Junior Plus hat nur einen Kleber pro Seite, wie die früheren Kinderwindeln. Bei der Sela bekommt man eine dicke Außenfolie, dagegen ist die Let's Build interessant für Fans von Klettverschlussklebern. Wer sich für diese Windeln näher interessiert, kann meine Praxistest-Videos dazu anschauen, in denen ich sie ausführlicher ausprobiert habe. Die Little Sailor haben inzwischen eine neue Packung erhalten und weicht daher von der in meinem Praxistest gezeigten ab. In diesem Video soll es um die neueste Windel aus der Kiddo-Reihe gehen, nämlich die Willsocker. Die Verpackung ist auffällig, nicht nur wegen der roten Farbe, sondern auch weil sie komplett bedruckt ist und ein Feuerwehrauto darstellen soll. Bei den meisten Windeln wird nur eine durchsichtige Folie verwendet und ein Aufkleber, der Name, Hersteller und teilweise noch weitere Informationen wie die Saugleistung enthält. Das hat Kiddo wesentlich aufwendiger gemacht. Die Packung ist nicht nur von einer Seite bedruckt, sondern zeigt ein komplettes Feuerwehrauto von vorne, von der Seite mit Ausrüstung und dem Heck, auf dem Leiter, Kennzeichen und Rücklichter abgebildet sind. Das sieht man nicht alle Tage. Einen ähnlichen Weg geht die neue Packung der Kiddo Sailor, sie soll eine Schatztruhe mit Landkarte darstellen und ist ebenfalls in auffälligen Farben voll bedruckt. So beeindruckend das auch ist, die Verpackung ist das eine, aber noch wichtiger ist natürlich der Inhalt. Auch bei der Windel selbst ist das Hauptmotiv die Feuerwehr mit einem großen Feuerwehrauto auf der vorderen Seite im Bereich der Kleber. Die restliche Fläche ist bis hinten zum Po mit Wasserschläuchen, Hydranten und Flammen bedruckt. Die Seiten werden sicherlich durch ihr kräftiges Rot ebenfalls nicht übersehen. Auch das ist recht neu. Schaut man sich die derzeit etwa 60 Windeln an, die ich bisher getestet habe, findet sich keine einzige mit roten Seiten. Am ähnlichsten ist noch die Princess Pink, bei der die Seiten aber nicht rot, sondern rosa gefärbt wurden. Sonst haben bei mehreren Grün und Blau, manchmal auch Lila, jedoch kein Rot. Soweit zur Optik, schauen wir uns die eher technischen Daten der Windel an, wenn man das so nennen will. Sie wird in zwei Größen M und L angeboten, der Umfang reicht von 70 bis 130 Zentimeter. Verschlossen wird sie mit zwei Klebern pro Seite, dabei handelt es sich um wiederverschließbare Kleber aus Plastik. Das Außenmaterial selbst ist aus Plastikfolie, was viele von euch freuen dürfte, laut einer Umfrage, die ich auf meinem Kanal durchgeführt habe, bevorzugen das die mit Abstand meisten von euch. Ein Nässeindikator, der sich verfärbt, wenn die Windel nass wird, ist nicht vorhanden. 5500 Milliliter soll sie aufsaugen können. Wie viel sie in der Praxis aushält, kann man vorab nicht sagen, das wird ein Praxistest zeigen. Mit 23,90 Euro pro Zehnerpackung kostet eine Windel 2,39 Euro. Das klingt in Ordnung, lässt sich aber ebenfalls erst nach einem ausführlichen Test beurteilen. Von allem, was ich gesehen habe, sieht das für mich nach einer interessanten neuen Windel für den Alltag aus. Ich werde bald einen Praxistest machen und kann dann mehr zur Qualität der Aufdrucke, Passform, Bequemlichkeit und natürlich Sauglöstung sagen. Wer nicht abwarten möchte, kann sie sich auch selbst schon kaufen, da sie bereits im Webshop verfügbar ist. Nun seid ihr dran, wie ist euer Eindruck von der Low Socker? Gefällt euch die Optik, die hier schon bei der Packung aufwendig gestaltet zu sein scheint? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt trocken und macht es gut, bis zum nächsten Video.